so freunde willkommen zu einem neuen video heute die multisalute von bröckhoff bin ich mal sehr 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 gespannt drauf aber an sich sind es ja wirklich nur kleine kammern wo kleinere cracker drinnen sind alter die sind groß oh mein gott was zum fick machen wir nochmal einen Eieiei Und dann Der nächste Sind schon stabil die Teile Und dann legen wir einmal hier auf die Straße Oder was heißt Straße Nette Teile Da kam auch ein So sehen die aus Ach das sind Püro Cracker die da drin sind Sehr schön Molti salute